Waffen aus. Von der Seite waren wir noch gar nicht, oder? Äh, ja, weiß ich gar nicht. Kann sein. Ja gut. Mir ist Latte. Hauptsache irgendwie von außen. Ja, geht auf deine Kappe, wenn wir jetzt alle sterben. Alles klar. Kein Problem. Kann ich mit leben. Dafür bin ich der Opa. Genau. Hast du ein dickes Fell. Bärenfelder mal. Boah, wie viele. Ich sag's dir, ich sag's dir. Boah, ich lande auch noch unten jetzt natürlich. Ja. Ey, Jungs, Jungs, das bringt nichts. Ich dreh ab, sonst war das für uns direkt. Nein, ich bin weg. Einer hab ich mir noch abgekascht. Ich bleib erstmal weg. Jaja, auf meinen. Nein, das geht auf deinen Hut hier. Jaja, weil du das gesagt hast. Ja, genau. Völlige Katastrophe jetzt hier. Kann sich aber alles nur zum Guten hin. Aber Runden, die so anfangen, hören meistens mit Win auf. Ja, genau. Also, muss jetzt nichts Schlechtes heißen erstmal. Vor mir. Boah, ein ganzes Team, ein ganzes Team. Ein ganzes Team. Ein ganzes Team. Na geil, dann verpiss ich mich mal. Ich wollte dir gerade helfen. Bin nämlich in dem Moment da gelandet. Ne, ne. Geh lieber. Großartig. 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 Unten drinnen auf jeden Fall, wo ich gestorben bin. Ganz unten. Hm. Ja, ich hab sie gesehen. Ich bin's. Ne, ich kenn dir meine Zweitwaffe. Aber denkst du, dass du da vorbeilaufen konntest. Ich bin's. Ja, hier ist aber nischt. Keine Waffe, nix, oder wat? Ne, ich kenn dir meine Zweitwaffe. Oh, war einer. Aber denkst du, ich hab's weltbewegendes. Na herrlich, jammer. Da steh ich drauf hier, mich mit Gummibärchen und Tampons zusammen. Besserin reicht ja auch die Pistole. Jep. Jo, was ist hier? Spring doch da rein, Mann. Verkehrenwerfer. Ja, komm zur Not, äh, trotz der Teufel fliegen. Guck mal, hier liegt noch was rum. Ja, sehr schön. Tja, dann irgendwo ne Kiste, bin ich doch. Oh. Ne, hier. Guck mal. Geh mal unten, hier unter dem... ...Hafenhanger-Kran. Granatwerfer. Großartig. Mike-1 of Terminator jetzt. Mike-1 of Terminator jetzt. Gleich geht's hier heiß her. Guck mal Munition, oder? Doch, hier. Ich komm mal wieder. Oh, nimm doch. Oh, die haben sich grad irgendwo... Komm mal, ja. Komm hier ist Plattenkiste, ne? Nimm voll. Ja, aber hier ist ne Plattenkiste. NICHT. Die ist trotzdem da. Ich geh jetzt mal auf diesem Turm hier. Ich glaub hier ist noch ne Kiste. Echt? Gehst willst du da hoch? Boah. Ja, eigentlich nicht. Aber ich war da auch noch nie. Irgendwie. Hast du die Idee? Ach nee, gelastet. Oh, wo denn? Jetzt darf mir nicht in die... Nee, nicht in die Richtung. Auf keinen Fall. Nee. Müssen wir ja wieder komplett zurück. Ja, dort finden wir schon mal hier. Ein bisschen Geld. Ich find hier auch keine Munition, ne? Hier, guck mal hier. Hier ist ja diese Vorratsstation. Jetzt haben wir genug Kohle. Jetzt können wir ran. Oh, ich komme noch zum Shop. Jep. Ach, ich hab ja schon genug. Ich hab ja schon genug. Gute Arbeit. Du behältst eine Ausrüstungssicherung. Das nehme ich aber mal meine anderen Waffen. Nein. Ich treff so wenig. Den sind die hier. Nur ich hab keinen Geist. Das ist keine Geistklasse. Deswegen. Das hab ich. Problematisch. Heli. Die sehen den Loadout kommen die... Bubi, Bubi. Ja, Mann. Die landen doch hier. Der Kick war der. Der ist aber richtig gelandet. War ne schöne Landung, ja. So. Da war bestimmt Quack der Bruchpilot. War ne Frau auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das hat man direkt gemerkt. Wer markiert. Ja. Das ist ja alles auf Tape, ne, Christian? Wenn das eine Winner-Folge wird, landet das auf YouTube. Auf Tape? Ja. Der schneit das aber raus. Nicht wenn meine Frau... Weil ich guck ja das ab und zu mit meiner Frau, ne. Aber du... Ja, ne. Das ist ja... Doch. Machst du direkt... Ja, muss David... Der musste sich auch schon von... Von seiner Frau da was anhören manchmal. Also aus Spaß natürlich. Ja, klar. Also meine Frau ist da auch, ne. Wir sind... Sie ist ein ganz witziges Kärtchen. Ja, hab ich schon gemerkt mit der Wurst letztens, ne. Mit dem Mini-Wurst-Kartell. Hier haben die noch nicht gelootet, ne? Ne. Ne. Oh. Echt jetzt? Wollen wir das machen? Ne. Ich hab den nur so mitgenommen. Einfach mal. Okay. Was sagt denn die Zone? Wie verläuft sie denn? Sie sind ganz gut. Ja. Ja. Wollte ich grad sagen. Wir sollten mal nix überstürzen. Nö. Ah, hier haben wir uns auch eben super verteidigt. War das nicht hier? Hier ist übrigens noch Munition. Weiß nicht. Die Erinnerungen verschwimmen hier immer. Bei Warsmann. Ja, hier hoch. Ah, ich komm mal mit euch nach oben. Ah. Hier war einer, hier in dem Haus. Oh. Da, okay. Aber wir können ja auch mal nach oben gehen. Ja, ja. Würde ich eh sagen. Ja, unten, Tom. Ah, okay. Ja. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlinkt. Ja, ja. Wo war da oben? Da ist einer. Ja, ja, ja. Und der Sniper hat alles klar. Bloß nicht da rausgehen. Ja, war klar. Ich dachte, vielleicht kann man überraschen. Aber gleich gesehen natürlich. Oben auf dem Dach oder was? Wo deine Markierung? Nee, auf diesem Balkon. Da am Fenster irgendwo. Ja, 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 ja. Ja, ich seh' ihn. Chill break. Okay, dann geh' ich mal wieder auf dem Dach gucken. Vielleicht kann ich mehr. Ah, da oben ist auch noch einer. Ah, genau. Naja. Ist zu weit weg. Hat Hits, hat viele Hits. Oh, der hat aber gesetzt. Ah, ich seh' ihn. Ah, er hat mich voll im Blick. Ah, er hat mich richtig gefühlt. Ah, ja. Guck genau hier hin. Da hat ihr das mit der Tür? Ja, ja. Okay. Ich riskier's mal nochmal kurz. Pass aber auf, äh, der macht voll Auge, der Typ. Ah, hinter der Tür kann er mich nicht treffen. Ah, da oben ist auch ein Sniper. Hier bei dem Haus. Oben am Fenster. Ah. Hier auf dem Dach liegt halt noch eine Gasmaske, ne? Aber wenn du da hin rennst, wirst du direkt gesnipert. Ne, 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 lass mal. Das will ich jetzt nicht riskieren. Ne, ach, der guckt das genau hier hin. Naja, der snipet schon wieder. Alles klar. Gut, dann nicht. Wir könnten eigentlich auch gleich von unten wieder durchs Haus, ne? Oh. Vielleicht hier an der, an der Felswand da lang? Oh. Mann, dit. Meine Mine. Ach, da lag meine Annäherungsmine hier vorne. Hat der die weggesnipet oder was? Mhm. Ja, wir können von hinten. Also hier, ja, würde ich sagen. Lieber unten langer. Hier? Ja, ja, dort hinten. Genau, von hinten, ne? Ja, wir müssen halt echt aufpassen, dass wir mit dem Gas dann uns nicht verplanen war. Hm, warte mal. Ja, ja, ja. Deswegen, ich bin... Wir machen mich schon mal auf dem Weg. Ja, denk nur daran, dass die von oben immer noch, ne? Ich geh jetzt hier ganz außen lang. Drücke vor. Ja, ich komm mit. Also, ich... Ich hoffe... Tom, denk an die Zone. Ich komm schon. Ah, da hinten bist du, ja. Alles klar. Oh, oh, die kommt aber schnelle... Das ist schnell, ja. Oh, da oben. Da oben ist einer. Echt. Ah, tipps. Boah, direkt vor mir. Wie hat der mich denn gesehen? Vor dir? Ach da. Ja. Ach, das kann nicht sein, oder? Es liegt ja weiter am Boden. Scheiße. Jetzt kommt das Gas natürlich. Ja, du musst weiter, du musst weiter, sonst bringt das nix. Ja. Ja, ich versuch's irgendwie... Ja, der stand irgendwie direkt vor mir. Ich konnte den irgendwie nicht sehen, aber der hat mich instant weggeknallt. Wie lange... Der war hinter der Mauer. Ihr kommt doch nochmal, ne? Ne, ne. Nicht. Ne. Deaktiviert. So. Und hier oben sind die, also hier, von da bekriegen die sich. Ich halte mich erstmal kurz los. Zone geht wieder zurück. Boah. Pass auf. Vom Haus nahe hinter dir auf jeden Fall sind Aufhälfte. Hm. Hm. Ah, scheiße. Wo kommt er denn jetzt her, ey? Naja, jetzt schlimm. Hey. Naja, gut. Schade. Ich muss jetzt auf jeden Fall...